96 bin ich gefahren, Differenz 46 kmh zu viel. Wir müssen nachher mal so einen Rekord machen, wir haben am schnellsten da durchfährt. Meine Karre fährt zwar nur noch 110, weil es angeschlagen ist, aber egal. Dass sie wollen? Ne, da dürfst du sowieso keine überfallen, das ist die Apfelplantage, das ist das meistens. Da gibt es immer Assis da rum, übers Heim. Immer schön loopen beim vorbeifahren, denk dran. Patrick, warte, warum kommst du so stark? Wir fassen dich nicht reingefahren. Hier hat einer einen Unfall, hier hat einer einen Unfall. Ja, ja, lass wir zurück ihm helfen. Ja, ich bin hier. Lass mal direkt alles dicht machen in die Tanktankstelle, dass er komplett nicht mehr rauskommt. Ne, leider nicht, sorry. Was denn? Der braucht nen Toolkit. Echt? Ja. Wo ist der Typ denn? Hier hinten. Ja, in der Tanktankstelle. Los, überfall ihn mal. Sag mal ihm, er soll stehen bleiben. Ja. Bitte überfallen, ey, der hat doch nix. Komm schon. Sag, er soll rauskommen. Na los. Hände hoch. So, moin Jungs, ey, ja, Kollege, komm mal raus aus dem Haus. So, rauskommen. Ganz schnell mein Freund, komm mal jetzt da raus, jetzt kommen wir rein. Rauskommen. 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 Rauskommen oder du bist tot. Letzte Warnung. Fünf, fünf, vier, vier. Was ist denn los? Erzähl doch mal was. Nimm die Waffe runter. Ich hab ihn schon erschlossen. Viel zu viel Laberei gewesen. Habt ihr was? Guck mal, ob er was hat. Ja, jetzt kann man nur... Waffe. Hätte doch grad ne Waffe. Weggebacken im Boden rein. Schade eigentlich. Junge, hätt doch so nicht enden müssen. Hättste deine Waffe behalten können, hättste alles behalten können. Ach nein. Und jetzt? Was hast du jetzt davon? Alter. Mann, Mann, Mann. Wir haben's dir gesagt. Wir haben eine Aufnahme. Kannst dich auch beschweren gehen. Auf Wiederschauen. Ja, genau. Beschwer dich mal. Wirklich auch? Tja. Auto könnten wir auch verkaufen. Naja, egal. Lass mal stehen hier. Ist nix. Aber komischerweise kannst du nicht auf dem... Du kannst nicht reingucken, was drin ist, ne? Ne, da ist nix. Das ist doch kacke, Alter. Ne, leider nicht. Das ist doch scheiße, oder? Und der droppt auch gar kein Geld irgendwie, ne? Das ist auch scheiße. Ja, ja. Wenn der nix dabei hat, dann hat er... Egal. Ab zum nächsten. Aber schön blöd, wenn er die Waffe zieht, ey. Was soll so ne Kacke, wa? Kann man so blöd sein, ey. Warum zieht der die Waffe, Alter? Los. Ey, ich werd direkt raus hin. Ich fahr mal weiter. Fahrt ihr mal vor, ich bin eh langsamer. Aber du bist sicher, dass er ne Waffe hatte, ne? 100 Prozent. Ich hab's dir nicht. Ich hab nur gesehen, dass er die Hände angewinkelt hat. Er hat's auf dem Boden gelegen, hat irgendeine, ich glaub eine PDW oder diese Extractor da gehabt. Okay. Ich hätte mal nen Screenshot noch machen sollen. Ah, egal. Ich hab das ja aufgenommen. Hast du echt? Ja, klar. Ich nehm immer auf, wenn ich spiel. Ja. Kann ich nicht. Das sind mir einfach zu viele Speicher. Ah. Eißen Truck, mach mal die Straße dicht. Mach die Straße dicht. Okay, hab ich. Mach, mach, mach. Wir kommen, wir kommen. Oh, der hätte mich fast über dem Haufen gefahren. Alter. Scheiße. Kannst vergessen. Kannst vergessen, der ist viel zu schnell. Alter, der Affenzahn drauf. Komm, wir fahren nicht, der baut bestimmt nen Umfall. Nein, der baut keinen Umfall. Der baut nen Umfall. Meinst du? Nein, komm. Ja los, komm mal hinterher. Scheißegal, los. Der hat nen Umfall gebaut. Ja los, komm. Er ist am Kupferhändler. Ja. Los, den holen wir uns. Yeah. Müssen seine Schlüssel holen. Du musst ihn umhauen, dann kannst du ihn ausbrauchen. Er ist am Kupferhändler. Er ist am Kupferhändler, beeilt euch. Alles klar. Ja, ja. Nicht nach links ziehen. Vormass nicht nach links ziehen. Okay. Bleib hier drüben. Aussteigen. 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 Ab ihn. Er ist tot. Okay. Wo ist er? Hat er was dabei gehabt? Nee. Er ist halt Autos offen. Dein Auto ist offen. LOL. Und? Ist was drinne? Ich hab ein Auto. Aber nix drinne, ne? Nee, wir müssen die Kar... Er hat... Wieso hat der denn kein Geld dabei gehabt jetzt? Wir haben alle noch nicht... Ich versteh das auch nicht, ja. Der hat bestimmt... Ich hab ein neues Auto, ne? Digga, warum bist du nicht angehalten? Wir wollten ihn nicht erschießen. Wir wollten ihn nicht erschießen. Mein Gott. Mein Gott. Findest du das toll? Findest du das toll? Hm. Jetzt verkaufen wir deine Karre. Hast du jetzt davon. Hast du jetzt davon. Können wir den denn verkaufen? Keine Ahnung. Wir müssen meine Stadt fahren. Wie viel Geld hat jeder noch von euch? Äh... Ich hab jetzt noch... Ich hab jetzt noch... Ja... 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 Also ich hab noch 200. Die Bullen, die Bullen, die Bullen! Oh scheiße, schnell weg! Weg, weg, weg! Die fahren weiter, die fahren weiter! Die kommen zurück, die kommen garantiert zurück! Nein, die fahren weiter. Die haben anderen Einsatz. Die haben Angst. Deswegen fahren die weg. Lass uns lieber weiterfahren! Okay... Du fett über dem Haufen geschossen! Wer hat ihn gekillt eigentlich? Jetzt hab ich auch einen Mord! Weiß ich nicht! Ich auf jeden Fall nicht! Ich hab auf seine Reifen geschossen eigentlich! Ja, ich hab auf sein Gesicht geschossen! Na du warst das, Alter! Ja... Ja... Bist du sowieso deine Waffen-Lizenz jetzt los? Ich hab noch nicht meine gehabt! Ja, das ist gut! Das ist sehr gut! Ich hab noch meinen Führerschein, meine Waffen-Lizenz, meine Reifen sind nur wagen... Ich hab überhaupt gar keine Lizenz! Ich hab noch eine Waffen-Lizenz! Bist du gut, ey! Ja... Ich hab einen Führerschein, du nicht! Ich hab sogar einen Lkw-Führerschein! Und ich ziehe an dir vorbei! Nein, ich weiß nicht immer, dass du jetzt nach links ziehst! Ich hätte voll nach links gezogen, wenn du jetzt so links vorbei wärst! Ich weiß! Hier an der Kurve können wir auch gut überfallen! Ja, welch werden wir überfallen? Oh, hier! Was bist du für einer und schießt meinen Kollegen ab, nachdem du Waffe runterschreist? Hey, hier ist ein Truck! Ich mach die Straße dicht! Mach die Straße auf das Netz dicht! Ja, okay! Aussteigen! Aussteigen! Und hinlegen, muss er sich! Der kommt jetzt hier ein bisschen entgegen, ne? Irgendjemand schießt auf uns, ne? Nein, ich hab auch seine Reifen geschossen! So! Ein Reifen ist auf jeden Fall angeschlagen! Ja! Der hintere Linke! Okay! Der hat einmal kurz gequimt! Ja, der ist aber richtig schnell! Yes! Ich muss deine Nachricht schreiben in die Macker! Das ist überhaupt gar nichts! Das... Ja, das ist scheiße! Wir fahren wieder Richtung Kavala! Da kommen die Bullen uns dagegen! Ich schwör's euch! Wir haben jetzt schon drei Überfälle auf der gleichen Stelle gemacht, ne? Eigentlich müssen wir hier weg! Ohne Scheiß! Nein, wir holen uns den jetzt noch! Wir holen uns den noch! Ja, warte! Ich muss doch noch tanken, ne? Er ist doch schon weg! Er ist weg! Nein, ich seh ihn noch da hinten! Der fährt! Er ist viel zu schnell für uns! Warte, ich guck mal! Er ist viel zu schnell! Ich bin weitergefahren! Ich guck mal, wie weit er reinfährt! Ich hab ja grad nichts! Dann wartet dein! Ich bin hinter dir! Okay! Wunderbar! Und dann... Da ist viel los rein! Da ist viel los! Ja, lass uns... Ach, guck fein, da ist was los! Das ist ADAC und die Bullen und alles, ne? Ohne Scheiß jetzt! Ja, dann ziehen wir jetzt den Überfall endlich durch! Komm! Nein, wir sind nicht da! Nicht ADAC! Bist du verrückt oder was? Nein, der Typ! Der steht doch jetzt wieder auf! Nein, den darfst du doch nicht überfallen! Natürlich! Nein! Sicher? Ja, den darfst du doch nicht mehr überfallen! Lass uns abhauen! Los! Schnell! Mein Sprit geht langsam zu Neiger! Wir sind hier voll die kleinen Kriminellen, Alter! Ja, fährst du da bei mir mit oder bye bye? Ja, du musst die Karre halt nur irgendwie quer auf die Straße stellen, dass du irgendwas dicht machst! Dass irgendwas da reinbrettet! Genau! Wir nutzen dein Auto! Wir benutzen es! Ich würd sagen, wir benutzen es in der Todeskurve! Ja, das ist ne gute Idee! Wenn jetzt soweit noch kommen! Aber in der Todeskurve hab ich so die schlechtesten Erfahrungen meines Lebens gehabt! Ich auch! Warum? Da hab ich schon Kriege geführt, Alter! Ja! Aber wie auch schon mal! Ganze Clans gegen ganze Clans! 20 Mann gegen 30 Mann oder so, weißt du? Oh, ich hab Cruiser Level 2! Dann kam ich schon ab und gerade geführt, ey! Habt ihr gehört? Ich hab Cruiser Level 2! Ja! Ja! Oh! Ey, da kommt ein Truck! Kommt zurück! Kommt zurück! Da kommt ein Truck aus dieser Seitenstraße! Echt? Ja! Oh ja! Stimmt da! Retter den nicht rein, dann los! Retter den rein! Kam ihn! Du hast doch sowieso keinen! Ja, geil! Hast du ihn gekriegt? Nee! Scheiße! Loll! Er hat dich getötet! Ja! Hat er dich getötet? Ja! Oh nein, Alter! Scheiße! Los, wir kesseln ihn ein! Oh, stehen bleiben! Bleib doch stehen! Einfach! Bleib stehen! Los, wir kreisen ihn ein! Lass ihn fahren! Irgendwann fährt er da rüber! Ah, nicht mich! Oh nein! Doch nicht mich! Ist er weg? Ah, er fährt da weg! Warte! Ich fand er ja! Ah, nein, nein! Kommt einer zu mir! Schießt du gerade? Ja, ich hab auf ihn geschossen! Denk dran! Wenn du schießt, dann haben die Auffreuer! Die können weg ausschrengen und dich erschießen! Also lass uns mal mit dem schießen! Alter! Ich hab mein Auto rumgedreht! Aber es hängt noch im Boden! Kommt noch ein Truck! Es kommt noch ein Truck! Echt jetzt? Ja, ich hör den Truck! Dann komm ich zurück! Ja, komm zurück! Ich mach den direkt die Straße dicht! Denn ich bin tot! Oh Mann, ey! Hast du den Dings hier Sanja angerufen? Der war doch gerade da hinten! Ja! Da kommt er schon gleich! Ich komm zurück! Ich hab sowieso nicht mehr viel Sprit! In meiner komischen Kiste! Ich weiß nicht! Alter! Das ist immer nach das geklaute Auto vom Anfang! Krass! Wer steigt? Wer ist Kappern? Das bin ich! Okay! Aber ich kann deine Waffe nicht looten! Oder sowas! Okay! Fahr mal das auch so ein bisschen weg! Nach hinten! Nein! Ich fahrs nach vorne! Wir zeigen dich dann stolz als Opfer des ersten Überfalls! Wenn einer fragt, dann zeigen wir ihm direkt was passiert! Stell mal deine Karre quer! Da kommt ein Auto! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Quatsch! Ihr seid tot! Oh nein! Scheiße! Stell deine Karre mal direkt dahinter! So dass keiner mehr hier durchkommt! Okay! Du müsst die komplette Straße dichten! Ah ja! Machen wir! Ich will dass keine Sau mehr hier durchkommen! Ja! Ein Medic kommt zu mir! Juhu! Echt jetzt? Ja! Weil die müssen das ja annehmen! Dass dir gezeigt wird! Dass sie echt zu dir kommt! Dann müssen wir aber jetzt hier räumen! Weil sonst kommt der nicht! Ohne Scheiß! Weil wenn wir Überfall machen, kommt keine Sau! Okay! Die Medics sagen dann auch hier! Die machen Überfall! Du musst mein Auto sowieso mal reparieren! Wir sagen einfach, dass wir zusammen gecrashed sind! Genau! Da kommt der Truck schon wieder! Ja! Ja! Ich wollte meine Oma absetzen und dann... Ja! Lass uns jetzt alle durchfahren! Genau! Lass mal alle durchfahren! Aber deine Waffe ist jetzt weg Basti! Nein! Nein! Das macht nichts! Oh warte! Nein! Ich glaube ich hab's! Ich kann sie retten! Echt jetzt? Geil! Ja! Da stand gerade was! Ja der Medics ist dran vorbeigefahren! Sieht nicht hier unten! Ja der steht hier! Du musst die Waffe runternehmen sonst macht er nichts! Ich hab doch die Waffe gar nicht da! Guck's! Einen wunderschönen guten Morgen! Moin! Der Kollege sieht irgendwie ein bisschen verletzt aus! Können Sie sein? Ich hab schon... Der wollte seine Oma hier absetzen und die ist dann zusammengebrochen auf ihn rauf. Der ist hingefallen. Ach ne. Ja der ist ganz böse auf die Nase gefallen. Ganz böse auf den Reffen. Was macht er an meinem Arsch? Ja ich hab ihm schon Daumen in den Popo gesteckt um halt seinen Puls zu fühlen, aber irgendwie mach ich was falsch. Das war nicht dein... das war nicht dein Finger. Du hast deine Waffe noch. Ne hast du nicht mehr? Mensch. Schade. Der Stein hat die Arborose getroffen. Ja. Ah schön. Mensch. Dann mal los hier. Ok Basti dann bist du jetzt der an. Ja können sie das reparieren? Das ist sein Auto. Eventuell. Das wäre sehr nett. Da hab ich da noch ein Pflaster. Könnten sie mir auch ein Pflaster geben? Ich bin auch irgendwie verletzt. Oh da kommt einer. Da kommt einer. Batsch in da mein Auto rein. Schade. Vielen vielen Dank. Da könnten sie mein Auto...